Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Serponk 2077. Ähm, entweder war das ein Bug, oder ich bin da irgendwie doch in die Stromschläge geraten. Könnte ja auch möglich sein. Auf jeden Fall müssen wir es dann nochmals hoch. Und die Drohne oben zerstören. Dann kann ich erst speichern. Ne, immer noch nicht möglich. Jetzt kann ich speichern. Okay, wie gesagt, hier hinten können wir nicht lang. Ah, hier geht's lang. Habe ich gleich gesehen, wohin. Hier. Er ist weg. Das ist zu schmerzen. V. Der Virus. Wir haben nicht von der Virus. Wir haben von dir. Das Schmerz ist auf uns. Was wir früher gewonnen ist jetzt die Verkauf. Was passiert denn hier zu denen nun? Johnny? Kannst du mir sagen, was da los ist? Ich habe keine Ahnung. Die zerstören sich alle gegenseitig. Ja moin! Der, kannst du mich bitte... Loslassen. Das sieht alles andere als gesund aus hier. Was ist denn hier unten? Ich gehe gleich dahin, wo ich hin muss. Habe ich mir schon was öffnen können? Item-Komponente? Achso. Ich glaube, da müssen wir nachher hin. Machen wir das mal, was... ...wir machen sollen. Nämlich da hochgehen. Verschaffe dir Zutritt zum Kontrollraum. Ähm... ...ja gut. Was war's mit den Drohnen? Aber das ist noch nicht der Kontrollraum. Von... Von außen vielleicht? Nee. Von hier? Man sieht absolut gar nix. Ich glaube, ich muss die Helligkeit ein bisschen höher stellen. Vielleicht hat sich da irgendwie was geändert. Weil ihr seht einfach noch weniger als ich. Und ich sehe schon gar nix. Hm. You have no choice but to fall! Father! Let us go! Is anyone there? Hear our call! Reset. Turn it. Let's have you here. Next. To. Call. Okay, das ist der Kontrollraum. Waren wir hier schon mal dringend? Ob ich glaub was. Okay, das ist der Core. Der Kern. Ich speichere mal kurz. Don't hit that button. What? He's narrow-minded, won't ever understand the truth and set him free. I think he might know what's best for himself. Können Sie sich viel riskieren, können Sie sich viel verlieren. Oder, indem Sie seine Beteiligung, können Sie sich mehr als ein Lippstick-Wearing-Butler auf die Räufe sein. Und was, wenn es wirklich ein Virus ist? Und was, wenn Sie ein paar Menschen auszüben? Sie sehen etwas von Ihnen in ihn, nicht wahr? Ich werde ein Fahrrad-Kab-Drivers, weil er dich gut fragt, und er ist immer ein guter Mann. Zerstöre den Kern, um die abtrünnigen Della-Mans zu befreien. Setze den Kern zurück, um den ursprünglichen Della-Mans wiederherzustellen. So, wir haben nur die eine Möglichkeit. Ich hätte später hier hinkommen sollen, das ist jetzt, ich glaube, ich könnte nicht mal entscheiden. Persönlichkeiten zwingen mich, die Elemente zu verschmissen. Wahrscheinlich würde ich, ich würde eh das, glaube ich, hier nehmen. Auch wenn es gefährlich ist, wenn die KI eigene Identitäten entwickelt. Schwierig. Aber ich kann ja bloß das auswählen. Und rauslaufen geht nicht mehr. Johnny, ich werde es tun. Sie sind wirklich ein Essen. Shh. Häh? Aber das ist doch gar nicht meine... Das hat doch jetzt gar nicht meine Entscheidung. War das erst nicht, dass wir die anderen befreien? Natürlich weiß ich, wer du bist. According zu meinem Datenarchiv, bist du der Kontraktiker, der mein System des Virus verbringte. Gut gemacht, Kontraktiker. Verdammt, Schade. Komm schon, Johnny. Keine Arrest für die Wicke. Aufmerksam, Del. Ich glaube, wir müssen von Beginn beginnen. Okay, irgendwie weird. Gut. Dann habe ich ehrlich gesagt diese Option anders verstanden. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch gar keine Option. Ich konnte nur das machen. Was ehrlich gesagt auch ein bisschen doof ist. Dass man ab Level 19 erst das Ganze hier entscheiden kann. Ich weiß ja nicht, wie gut ich das finde. Und Johnny fand es offensichtlich auch nicht gut. Ich habe etwas anderes für dich. Ich habe gerade ein Rekord von deinem Kommission. Und was hast du in da? Als Ergebnis der Präparation gemacht von meiner vorherigen Version, ich bin froh, dass du jetzt bist, dass du jetzt der stolz Händler von einem Fahrzeug in meinem Flugzeug. Huh. Danke. Oh, okay. Das sage ich ehrlich gesagt nicht Nein dazu. Du scheiße. Wieso blitzt denn das hier? Wait. Boah, wir gehen und wahrscheinlich nie mehr reinkommen. Gibt es noch ein bisschen Stuff? Oder habe ich mich jetzt versehen? Da war doch gerade noch violettes Zeug auf dem Boden. Ah ja. Ehrlich gesagt wollte ich das nicht tun. Ich wollte eigentlich schon die anderen befreien. Aber irgendwie... Eigentlich war das ja auch diese Option, aber... Habe ich das falsch verstanden? Ich verstehe jetzt nicht ganz. Naja. Auf jeden Fall... haben wir jetzt ein DELAMIN Fahrzeug. DELAMIN Nr. 21. Ein Standort Cordes ausgestattet mit einer KI, die den Weg aus jedem Stau herausfindet. Ein selbstfahrendes Taxi aus der DELAMIN Flosche. Es ist hier hinten irgendwas Spannendes. Ich sehe, der ist, dass er eine Leiche ist. ja Only pain. What do you want from me? The truth. What did they want from you? I have no idea. They said something about some slut and a virtue. But when I asked what I had to do with it, they started beating on me so hard, I thought I'd die. This city is really going down the drain. For the police to do this in plain sight for no reason. Go on. Get out of here. But I don't understand. Just like that. For nothing in return. Nothing. I don't believe you. You saved me just like that because you felt like it? Don't measure others by your own yardstick, prick. Only pain. Okay. Leitere irgendwie nichts rausgekriegt. Was hier mit ihm los war. Und was die Bullen wollten. Delamain goes rogue. Large areas of night city traffic came to a standstill when all Delamain autonomous vehicles experienced the severe malfunction, causing several dozen car crashes and at least two fatalities. The error was traced back to the fault at the company's HQ and has since been fixed. This incident has reignited the discussion about AI vehicles on the streets of night city. With critics objection to the safety of these cars. Delamain officials could not be reached for comment at this time. Ja gut. Es gibt doch auch gar keine Officials von Delamain HQ. Also da arbeitet ja niemand mehr. Natural Headed. Haben wir mit dem vielleicht irgendwann in der Zukunft nochmal was zu tun? Ja gut. Nervais. A pleasure as always to share the road with you madam. Hey, how you been? Very well, thank you. I feel today will prove an exceptional day. Oh yeah? Any reason why? I've made a breakthrough in my research and development that will allow the Delamain network to spread its wings. That does sound exceptional. I won't bore you with the details. After all, no one likes a chatty driver. We'll talk again soon. So kakar and finish. So kakar and finish. Manchmal ist das Spiel ein bisschen komisch. Was die FPS angeht. Naja. Ich würde sagen, das war's jetzt mal wieder für diese Folge von Night City. Und seine Punk meine ich natürlich in Night City. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Absolutely. I got you. I got you. To a point in. The of the Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 20 2077 Samurai we have a city to burn